Ich bin traurig, wie hast du denn trotzdem nur 2.000 Schaden, was da wohl rein, Yolos, also... Na, das nicht, da hab ich schon noch der ersten Server mehr. Ok, nehmen wir auch wieder 2.Ds. Könnte übrigens passieren, dass ein D.D. in der Mitte auftaucht. Mhm. Ich hab mir jetzt die ganzen Karten noch mit allem D.D. Ich muss runterscrollen, wo der 1 hinter dem Namen ist, die sind mit 2.D.D.s. Die anderen werde ich dann vielleicht rauslöschen oder umbenennen oder was auch immer. Ich muss mal kurz umstellen auf die aktuelle Karte. Ah, ist schon. Alle nochmal da sind mit 2.D.s. Welche Route hat sich bewährt? Die Route zum Erreichen des Punktes. Einfach straight drauf zugegangen, weiß ich nicht. Ja, du brauchst den Fallschirm. Ja, durch mich am Anfang hast du eigentlich immer recht safe einen Weg. Und meinte, dass wenn jemand aufgeht, dann wird auf ihn halt geschossen und dann frisst er den Schaden für dich. Okay, bist du nicht da so weit vorne? Ich dreh schon ab. Ja, mal gucken. Geht so weit eigentlich schon. Mal gucken, wann das Team kommt, was ihn dafür bestraft. Das RPF zeigt noch hier hin. Wattet. Wattet. Nö, kein Nebel, danke. Wattet? Ja, 4 Leute zählen auf mich. Fahre ich nicht ganz so weit nach vorne. Machen wir das erste Rad da. Die beiden DDler sind so ein bisschen alt. Ich warte jetzt auch erstmal auf die Hindenburg, dass sie auf meine Höhe rückt. Oh, 2 Hindenburgs hier, okay. Dann brauche ich vielleicht früher oder später doch mal einen Nebel. Bei den Moskou Schuss. Gerade aber noch nicht, ich fahre erstmal noch ein bisschen Torx oder so. Oh, das hat weh. Hä? Hat der Moskou so viel gekriegt oder was? Natürlich, ich muss der Hindenburg, das... Ich bin hier komplett in der Zange. Doppel Hindenburg und dem neuen oben. Okay. Musst du mich? Ja. Located jetzt. Achso, Doppel Hindenburg und dem neuen oben, ja? Ich muss, dass du die Hindenburg mal aufmachst, wenn du kannst ja sehen. Ja, ist er wieder. Das war auch offen, ähm... Okay. Ja, ja. Das ist so nahe Radar. Ah, okay. Okay. Alex, wir pushen hier. Die Hindenburg steht fast er aufs Radar, ob du vielleicht nicht reinfährst. Wir pushen hier. Ja. In zwei DDS. Okay. Wir sind so nahe. 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 Ja, das wissen wir nicht, klar natürlich. Pass auf die... Wir waren hier vorne, okay. Die Gearing ist aber schon weggefahren. Ja, ich muss mich dann mal wieder. Achso, hast du noch Radar, ne? Ist kein Radar, ne? Also... Wir sind nur zwei Gegner hier. Das ist... Momentan, ja. Keine Ahnung, wo Schlafschiff ist, aber... Wir zählen auf mich. Wahrscheinlich fünf zählen auf mich. Ja. Zwei. Vier. Drei. Da ist Schlafschiff. Ja. Die Montana pusht mich jetzt gleich weg. Ja. Der ist offen. Ja. Der ist offen. Der ist offen. Der muss nach hinten gucken. Da ist ein Hydro drin. Da ist auch noch eine ganze Weile drin. Da ist auch noch eine ganze Weile drin. De Moinrück weiter vorguckt, dass du nachher rechtzeitig auf die De Moinrück. Schwenkst mit der Hintenburg, ja? Ich bin schon dran. Ich bin schon dran. Ja, sehr gut. Lass uns die Gearing kriegen. Chased. Wir sollten mal ein bisschen Topsy ausweichen. Die Hintenburgs fahren in die Ecke. Guck sich ein. Guck, dass du halt... Schöße raus auf die Gearing. ...dass sie dich nicht in die Ecke dann nachher eingeklemmen oder so. Seid weg. Pusche jetzt. De Moinrück. Ja, die pusht über deine Seite. Problem solved, Sir. Die De Moinrück. Ja, ja. Die habe ich im Auge. Ich kann auch nicht so weit vorfahren und auf die stehe. Ich bleibe auf den Hintenburgs. Problem solved, kannst du sein. Jetzt sind aber noch keiner da. Ich weiß immer nicht. Da ist sie. Wir kriegen sie. Wir müssen sie wegkriegen. Die brennt sogar noch. Auf Motorausfall. Okay, das ist gut. Da ist sie Gearing. Warne Gearing. Schön, sehr schön. Kannst du mit deinem... Mit deinem Moinrück davor fahren Radar mal? Ja. Okay, da ist sie nicht schon. Ach, das ist es. Okay, guck, dass du dich rechtzeitig von der Insel erlöst, dass ich dich dann nicht überrenne. Kite mit der Hände hoch, bitte. Ja, ja, ich kann mal wenigstens drehen, ich hab die hinten geguckt. Ja, das muss rechtzeitig erfolgen werden, der Maneuver. Ja, es wäre gut, wenn die weg wäre, dann könnte ich nämlich schnell drehen, ne? Rudak, ich fahr auf dich zu und versuch dich einzufreden. Du hast geschickt Breitseite zu dir? Mhm. Freut dich dran. Echt toll. Ich bin jetzt auf die Außenlinie. Rudak, siehst du mich? Vielleicht fährst du auf mich zu? Ja, ich kann nicht auf dich zu fahren, ich muss nach drückwärts fahren. Ich schlade dich zu, gell. Jetzt muss ich ein, ich hab noch 1,30 für Hydro, leider Gottes. Ach Gott, du Scheiß-Drecks-Ficht. Kannst du Radar machen? Ja. Fahr, fahr weiter, geradeaus, bitte. Wer geht mir mit Schüssen 2000 ab? Wir sind jetzt im Zweifeln nur die Nebel, um da jetzt weg zu kiten. Mit der Hindenburg. Bring dich auf Entfernung. Bist du erstmal sicher? Genau, dreh ab und fahr weg da die kalten 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 Ich hol den Cap Die fahren fix da vorbei, vielleicht kannst du da draufsinn werfen, aber hau da ab mit der Gearing Na was sag ich, da sind sie Aber die Verdrückung ist sehr verkehrt auf die Insel, also die jippen sie erstmal nicht Auf die, auf die Insel, auf den Muskel zuerst Hm, bin drauf Ich würde sagen, wir machen erstmal gar nichts, lassen sie kommen Ja, ja Wir lassen sie kommen Hör auf den Radar an Ok, die Des Moines pusht noch nicht auf mich Interessanterweise Wie lange kannst du dich noch reparieren, liebe Besauer? Und sie ist sie safe Ok Kannst du die in den Burg hier spotten, bitte, Jose? Ja Was? Nicht warten? Da hast du sie sind Dann werden sie gleich ein kurzem mal verschwinden, ich muss gleich mal nebeln Hm Oh nein Äh, Moment, ich war raus Aber ich muss doch das Schmachtchen verschießen und mich in meinen eigenen Smoke setzen ja und der taub jetzt gefressen ein bisher dach gibt es doch sterben davon trifft sie keinen hat die schon einen flug gehabt repariert ja ich hätte nicht schießen sollen nicht hinterlässt vielleicht kriegt man die tropste mal wenn ich mir jetzt auch die konzentrieren trete weg es ist noch weit die ja so weit vorgeschmissen da die drehung keine weiten wäre gerade ausgefallen die getroffen war nach rechts Ich drehe nach rechts weg. Bisschen gleich offen. In dem Flugzeug. Zack. Verstehung. Da sieht sie nicht aufgeregt. Das ist eigentlich nett. Sag ich ja. Die Kratzer ist nicht an mir. Nee. Wolltest du sagen nichts zu tun kann oder? BAM! Super! Echt! War nett, dass er so weit rausgedreht hat. Ah, Schadesfeuer. Ja, ey. Sicher AP? Ok. Ja! Klar! Oh, Monster streuen am Ecktop, wo ich keine Panzerung hab. Ok, die Demoine ist tot. Das ist das Wichtigste. Ja, aber aufpassen jetzt. Sieht das da unten aus? Nicht gut, ok. Überleben, ja. Guck, dass sie überlebt. Wir haben guten Punkte verschwunden. Deto, Jan. Wow. Nein, keine Deto. Ich hab Deto-Flagge drauf. Schade. Du, du scheiß Ding. Ah, der drüben sagt diese Scheiße, Monty. Der fährt wie der letzte Vollidiot. Alter. Ja, aber du kannst doch nicht einhebeln. Kannst du einfach nach vorne und gut ist. Dann zieh ich mal straight auf die Dings. Arsch der Scheiße, Monty. Ja, wir bleiben auf dir. Also kite einfach. Ah, ich auch. Ich bin eh... Ich bin 700-800 Meter aus der Spotting Range. Alles fine. Ich bin eh auf dem Weg. Pass ins Rindenburg. Die Tür wird zeigen weiter nach vorne. Also du kannst mit der Demo in pushen. Ah, jetzt dreht er. Halt. Verbrände. Ja, er dreht ein auf jeden Fall. Ja, zieht auf mich. Tür mit drehen. Tür mit drehen auf die Demo rein. Ja, ja, ich bin safe. Jetzt frisst er ein. Jetzt frisst er mindestens ein. Oder? Bei sogar. Ja, nice. Ja, das stimmt. Ja, ja. Da kommen wir nochmal top. Ja, hol da. 1111. Ich schieße nicht mehr. Ach ja. Schön. Was ist es mir machen? Ich fahr aber hinten ein bisschen weg. Ja, einfach nicht... Ich hab ihn jetzt so weggekommen. Oh, was? Ich kann einfach rechts und rechts hin in den Berg. Fertig. Das ist halt wichtig, Andreas, dass du mit der Hindenburgler dich rechtzeitig umdrehst. Weil wenn die da halt drei Kreuze haben, dann sieht das doch so aus, als wollten die da ein bisschen pushen. Ja, ich war halt im Endeffekt komplett safe für den Hindenburgs, ne? Ja, ja. Aber nur so lange, bis sie halt zu nah dran sind, um abdrehen zu können. Also das ist halt das. Ja, sie haben mich wirklich gepusht. Wenn ich geblieben wäre, hätte ich länger überlebt sogar. Ja, vielleicht. Andererseits... Legs dich dann halt fest, du kommst dann halt nicht mehr weg von der Insel dann. Ja. Kann halt seine Kräfte dann nicht umlegen. Naja. Hey. Bei zehn Punkten sind wir in der Strom eins. Ja.